Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest seltsames Innenleben anzunehmen bei zugrunde gegangenes Automat auf Ceres Mortis in der blühenden Gießerei. Eingang dazu ist ungefähr hier. Ich kann ja mal hinauslaufen, das ist ja gleich daneben. So, hier stehe ich. Die Vorquest war Moment der Wahrheit. Dadurch kommt man in die blühenden Gießerei überhaupt. Normalerweise ist sie verschlossen, glaube ich. Nehmen die Quest an. Nun heißt das Binden der Saat. 0 von 3. Alles klar. Diese Teile bekommen wir von den ganzen Mobs hier in der Gießerei. Also einfach mal angreifen und was töten. Da war er eins. Der wurde getötet. Okay, macht nichts. Weiter geht's. Okay, der Druid hat es heilig. Der will unbedingt alles alleine machen. Das Gute ist, er kennt anscheinend nicht den Weg. Also sollten bei euch keine Mobs hier drin sein, könnte es sein, das andere Spiel auf die Gegner getötet haben. Noch ein Quest-Item. Sehr gut. Dann geht das Event lang. Und vielleicht bekomme ich bei den zwei Mobs noch ein Quest-Item. Das wäre toll. Und jawohl. Das waren, glaube ich, drei Quest-Items. Okay. So. Erledigt. Quest-Items gesammelt. Quest-Items abzugeben bei Ko-Shiva in Service Mortis in der blühenden Gießerei an dieser Position, allerdings auf der oberen Ebene. Ich hoffe, ihr habt meinen Weg verfolgt. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Video helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnier-Knopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung und in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.